Hallo Leute, heute gibt es für euch die Super G-Mini Doppelschlagraketen von Funke im Test. Viel Spaß beim Testvideo. Die rote G-Mini. Alles klar. Die ist auf dem Berg explodiert. Aber war eigentlich schön. Warum hat die Rote G-Mini, warum diese Rakete einen Doppelknall-Effekt hat, erst wenn die Rakete wieder auf dem Boden ist? Schön, dass wir Effekte in der Luft gesehen haben. Jetzt gibt es Weiß. Schön, dass wir Effekte in der Luft gesehen haben. Die hatte gerade echt keinen guten Aufstieg. Ich lass mich mal überraschen. Die war jetzt eigentlich schön. Man dachte kurz, sie kommt nach dem ersten Doppelknall runter, aber ne. Die war ordentlich. Jetzt die grüne, ja. Hoffentlich hebt sie ab. Ich glaube, er sieht das nicht so gut auf der Kamera, weil ich vielleicht den falschen Nachtmodus hätte aktivieren sollen. Aber sie sind nicht so laut, aber die Effekte sind schön. Das war natürlich schon mal. Vielen Dank. Vielen Dank.